Hallo liebe Piloten, es gibt eine neue Star Wars Serie, weil natürlich gibt es eine neue Star Wars Serie. Es gibt ja nicht genügend Star Wars und Marvel Content, aber ja, es gibt eine neue animierte Star Wars Miniserie namens Tales of the Jedi. Ich habe eure Kommentare gelesen, ich habe eure Nachrichten bekommen und ja, bald geht es auch wieder weiter mit Endor. Es ist einfach zu viel Content zur Zeit, aber diese Serie habe ich gestern einfach mal an so einem Nachmittag durchgebinged und ihr habt mir geschrieben, kannst du bitte ein Video über Tales of the Jedi machen? Hier ist das Video zu Tales of the Jedi. Seht ihr, ich bin doch ein Giver. Was ich von der Show halte, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann es generell immer wieder zu Star Wars Spoilern und natürlich auch zu Tales of the Jedi Spoilern kommen. Bitte, 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 sage ich dessen bewusst. Also das Clammer wurden das Clam. Legen wir los. Okay, also Tales of the Jedi. Als das angekündigt wurde, habe ich mich gefragt, was ist das? Es sieht so ein bisschen aus wie Clone Wars. Ich meine, es hat den Animationsstil von Clone Wars, aber es soll anscheinend nur kurz sein. Was zur Hölle machen die hier eigentlich? Schlachten die die Nummer einfach nur noch aus? In gewisser Hinsicht, ja. Aber ich kann nicht sagen, dass es schlecht war. Ich hatte wirklich meinen Spaß mit Tales of the Jedi, weil es eine Anthology-Serie ist. Und es hat ja Star Wars schon letztes Jahr probiert mit dieser ganzen Anime-Nummer, Star Wars Visions. Ich persönlich fand es sau kreativ. Hat mir jeder einzelne Skit gefallen? Nein, aber ich fand die Idee spannend. Und gerade die Tatsache, dass man sehr auf Atmosphäre setzt, auf weniger Dialoge und sich einfach austobt, kreativ und visuell, was man gerade im Animationsbereich sollte, hat mich persönlich echt überzeugt. Deswegen mochte ich Star Wars Visions. Und es war für mich ein Schritt in die richtige Richtung, weswegen ich mir auch danach dachte, wow, ihr macht einmal was Kreatives Neues und danach müsst ihr zurückgehen und Boba Fett ausgraben und Obi-Wan ausgraben und Obi-Wan irgendwo auch begraben. Denn meine Güte war die Show scheiße. Sorry, aber ich frag sie immer noch nicht. Aber Tales of the Jedi, ich wollte da nur mal eine Chance geben, weil ich ein großer Fan von diesen Star Wars Animationsshows bin. In allen voran Clone Wars hatte mich lange gewährt, die Serie zu gucken, weil ich kein gigantischer Prequel-Fan war. Aber immer wieder haben mir Leute gesagt, guck es und du wirst die Prequels sogar mehr respektieren. Ich hab's geguckt und ich so, wow, ich respektiere die Prequels jetzt mehr. Und was? Ihr hattet recht. Und Clone Wars war auch für sich einfach eine sehr gute Serie. Ich hab ja eh Clone Wars ein eigenes Video gewidmet. Und jetzt haben wir sechs Kurzepisoden, je so 15 Minuten Geschichten der Jedi. Obwohl ich sagen muss, der Titel ist irreführend. Weil der Titel suggeriert, jede einzelne Episode dreht sich um einen anderen Jedi. Und deswegen schauen wir mal, was wir damit so anstellen. Was weiß ich, vielleicht mal Kit Fisto, vielleicht mal die unbekannteren Charaktere. Natürlich nicht. Eigentlich stehen nur zwei Charaktere im Vordergrund. Ahsoka Tano, natürlich, weil es ist ein weiteres Dave Filoni-Projekt. Und Dave Filoni ist so stolz auf seine Schöpfung, Ahsoka Tano. Fair enough, sie ist auch ein ziemlich cooler Charakter. Und Count Dooku, überraschenderweise. Das sind die beiden Charaktere, die hier wirklich beleuchtet werden. Ich glaube, jede Figur kriegt drei Episoden. Ja, aber ich glaube nicht nur, es ist tatsächlich so. Den Startschuss macht tatsächlich Ahsoka. Und wir sehen ihre Geburt, was ich ganz süß fand. Weil diese Episode war am nonverbalsten von allem. Und wir sehen so ein bisschen ihr Volk. Wir sehen die Tatsache, dass die Mama sie mit zur Jagd nimmt. Und da wird Ahsoka verschleppt von so einer Art Säbelzahntiger. Und man denkt, oh Gott, oh Gott, der wird das Baby fressen. Aber schon als Baby war Ahsoka so eins mit der Macht, dass sie dieses Tier beruhigen konnte. Und das Tier hat sie tatsächlich nach Hause gebracht, weshalb das ganze Volk gesagt hat, Jedi. Und ehrlich gesagt, erneut, plotmäßig passiert in diesen einzelnen Episoden gar nicht so viel. Aber man setzt sehr auf Atmosphäre. Ich fand die Nummer extrem süß. Die hat mich auch so ein bisschen an Anime erinnert. Und gleichzeitig nehmen sich diese Storys sehr ernst. Es ist spannend, dass diese Animationsserien sich teilweise so viel ernster nehmen, als es tatsächlich aktuelle Star Wars auf der Kinoleinwand. Obwohl Endor nimmt sich auch ziemlich ernst. Aber ja, das gefällt mir. Das ist generell meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Auch dieses ominöse Storytelling, was heißt es überhaupt, ein Jedi zu sein, finde ich sehr spannend. In der zweiten Episode sehen wir dann Count Dooku mit seinem jungen Schüler Qui-Gon, hier noch nicht gesprochen von Liam Neeson, wie sie tatsächlich das entführte Kind eines Senatoren zurückholen sollen, das gefangen gehalten wird auf irgendeinem Planeten. Und es stellt sich heraus, dass der Senator diesen Planeten einfach ausbluten lässt. Und er ist korrupt ohne Ende. Und selbst die Geisel sagt, ja, ich verstehe ganz genau, warum die mich entführt haben. Was sollen die denn sonst machen? Die müssen sich gegen meinen Vater wehren. Und dann kommt er und lässt auch auf diese Bevölkerung schießen. Und dann hat Count Dooku seinen Moment. Seinen Moment, wo er das erste Mal sagt, fuck it, ich werde dich jetzt einfach würgen. Und man merkt, Count Dookus Motivation. Wir haben ja nie erfahren, wie er zur dunklen Seite der Macht übergelaufen ist. War die Tatsache, dass er sich nicht an diese Strukturen der Jedi gewöhnen konnte. Ähnlich wie Anakin Skywalker. Und dass er wusste, dass die Republik auch zerfressen ist von Korruption. Und deswegen schubst er sogar kurz Qui-Gon weg. Aber er wird nochmal beschwichtigt. Und dann hat die Nummer nochmal ein Happy End. Nichtsdestotrotz, da hat man gemerkt, das war Count Dookus Awakening. Und die zweite Count Dooku-Folge war für mich dann so ein bisschen redundant. Weil ein Jedi, eine Jedi-Kriegerin wurde umgebracht. Und Mace Windu und er sollen untersuchen. Und dann haben wir wieder einen Korruptionsfall in der Republik. Und Count Dooku reagiert noch drastischer. Und deswegen wird auch Mace Windu zum Meister ernannt. Count Dooku nicht. Diese Episode war für mich tatsächlich zu repetitiv. Es gibt noch eine dritte Count Dooku-Episode, die ich ziemlich stark fand. Aber die zweite hätte ich nicht gebraucht. Also entweder hätte ich die erste nicht gebraucht, oder die zweite nicht gebraucht. Aber die Thematik war so ähnlich. Aber alles in allem, ich mag die Animation, ich mag den Voice-Cast. Ich mag dieses sehr sterile, schon fast klinische, diesen Look dieser Folgen. Die sind sehr entsättigt. Ich mochte das persönlich sehr gerne. Aber hier hätte ich mir dann doch lieber vielleicht eine Mace Windu-Episode gewünscht. Anstatt quasi die gleiche Geschichte noch einmal zu erzählen. In der dritten Count Dooku-Episode sehen wir dann tatsächlich, dass er schon ein Spion war für Palpatine. Man sieht tatsächlich, wie er die Daten löscht. Davon Cabino kennen wir ja aus Episode 2, die ganze Meister-Safo-Dias-Nummer. Und er erfährt mal eben, dass Qui-Gon Jinn ums Leben gekommen ist im Kampf gegen Darth Maul. Und das war stark. Diese Episode brauchen wir tatsächlich, weil er wollte das nicht. Und es hat ihm wehgetan, das zu erfahren. Und dann sehen wir auch gleichzeitig, dass er sich mit Palpatine trifft und sagt, Ja, du bist halt das geringere Übel und wir machen das Richtige, weil die Republik ist zerfressen von Korruption. Er weiß, aber weiß er nicht, dass Palpatine selber Senator ist, beziehungsweise irgendwann auch Kanzler. Dachte er, dass der das alles ändern wird? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Da fehlen trotzdem so ein paar Informationshäppchen, die diese Motivation so richtig erklären. Ich verstehe schon, dass man abtrünnig wird bezüglich der Republik, weil sie von Korruption zerfressen ist. Aber Palpatine ist sowohl Separatisten als auch Republik. Er ist ja beides. Ich meine, er spielt gegen sich selbst schach. Er ist Kanzler der Republik und gleichzeitig auch heimlicher Anführer der Separatisten. Nur einmal hat er eine Kapuze auf und einmal nicht. Deswegen, hm. Ich weiß nicht, wie viel Count Dooku tatsächlich weiß. Das wusste ich nie. Nicht mal in den Prequels, muss ich einfach sagen. Aber Yaddle kommt ihm auf die Spur und deswegen sitzt sie anscheinend auch nicht mehr im Council in Episode 2. Haben die mal kurz gut erklärt. Weil Count Dooku kämpft gegen sie, bringt sie um. Und er macht das auch nicht irgendwie mit Freude im Gesicht, mit Lächeln. Er ist nicht einer dieser Sith Lords, der anfängt zu grinsen und das Böse einfach nur genießen. Er macht das, was er tatsächlich für richtig hält. Was ihn wesentlich pragmatischer macht als die meisten Schurken im ganzen Star Wars Kosmos. Und ehrlich gesagt, diese Figurenzeichnung ist so spannend, dass ich mir sage, ha, davon hätten wir mehr in den Prequels haben können. Weil da war zwar die Präsenz von Christopher Lee so toll, aber ehrlich gesagt, so dreidimensional war er nie. Das ist er jetzt. Und das machen ja generell diese Animationsserien ziemlich gut. Gut, und dann haben wir noch zwei Ahsoka-Episoden. Eine, in der sie trainiert und Anakin guckt ihr dabei zu. Das war so Clone Wars Episode 101. Also generell, das Storytelling war sehr, sehr Clone Wars mäßig. Das war sogar die jüngere Ahsoka, so wie sie noch in den früheren Seasons aussah. Aber die Animation war so viel besser als die früheren Seasons von Clone Wars. Weil ehrlich gesagt, die ersten paar Seasons von Clone Wars haben so eine sehr statische Animation. Ich fand es ja geil, wie die sich weiterentwickelt haben, auch im Animationsstil. Gerade Season 7 sieht ja wirklich wundervoll aus. Aber ja, wir haben den Animationsstil von Season 7, aber das Charakterdesign von den früheren Seasons von Ahsoka. Und Anakin sagt, ja, dieses Training, du brauchst mehr, du brauchst eine richtige Herausforderung. Und er lässt sie im Grunde genommen mit Klonen trainieren, die immer auf sie schießen sollen. Und sie muss Deflect, Deflect, Deflect machen. Also all diese Schüsse abwehren. Es sind halt nur Betäubungsschüsse. Nichtsdestotrotz, ich hab mir das angeguckt, ich so, ah, das ist ja clever. Aber das heißt, Anakin bringt ihr bei, sich gegen Klone zu verteidigen. Und sie lernt das, was sie so gut drauf hat im Serienfinale von Clone Wars. Und das ist krass subtil, finde ich mega. Doch die Showrunner waren nicht subtil. Weil obwohl sie das macht und eigentlich jedem, der Clone Wars gesehen hat, klar wird, ah, okay, deswegen war sie da so gut in dieser einen Sequenz mit Order 66 und so weiter, müssen die am Ende auf das Finale von Clone Wars schneiden und zeigen, ha, jetzt ist sie bereit für den Kampf. Und ich, schade, wirklich, wirklich schade. Ich fand es geil, dass das gar nicht ausgesprochen werden musste, sondern dass es einfach nur ein guter Callback dahin war. Aber nein, heutzutage muss man alles aussprechen, weil man die Zuschauer für ein bisschen bescheuert hält. Und dann haben wir die letzte Folge, ebenfalls Ahsoka. Wir sehen genau, was nach Clone Wars passiert ist. Sie geht zur Beerdigung von Padme. Fand sie sehr stark, dass sie da irgendwo in der Menge stand. Hat man ja den Film nie gesehen, weil sie war nie Teil der Filme. Sie hat man sich eigentlich aus dem Hintern gezogen als Charakter, aber weil sie so gut funktioniert, finde ich das gar nicht schlecht. Und Bail Organa gibt ihr so einen Peilsender und sagt, hey, wann immer du was brauchst, kontaktier mich. Und sie lebt dann halt das Leben eines Farmers. Wie so viele Jedi, die dann irgendwie ins Exil gegangen sind. Letztendlich wird sie dort aber erkannt. Und ein Inquisitor greift an und generell erneut, wie das inszeniert ist mit dem Feuer und die Tatsache, dass seine Kutte im Wind weht. Die haben sich echt Mühe gegeben. Und Ahsoka stellt sich ihm. Und es gibt einen ziemlich coolen Lichtschwertkampf, in dem Ahsoka natürlich siegreich herausgeht und ihn besiegt, ihn tötet und sich dann der Rebellion anschließt. Das heißt, hier haben wir nochmal eben die Brücke zwischen Clone Wars und Star Wars Rebels. Alles in allem finde ich die Nummer ganz schön. Der Plot selbst ist nicht so interessant. Und die Serie setzt auch nicht auf Plot. Aber einfach nur die Atmosphäre, die Art und Weise, wie man sich mit Animationen und Thematiken austobt, finde ich ganz cool. Ich hätte mir hier ein paar mehr Storys gewünscht, auch noch von anderen Jedi-Figuren, weil es war halt immer nur Ahsoka und Dooku. Und das auch so ungleich verteilt. Wir fangen mit Ahsoka an, haben dann glaube ich zwei Folgen am Stück Dooku oder drei. Dann wieder Ahsoka und zum Schluss nochmal Ahsoka. Hätte man besser pacen können, aber alles in allem wirklich stark. Hat Spaß gemacht. Ich habe von manchen gelesen, es ist das beste Star Wars seit langem. Ich so, na dann spricht es aber nicht für Star Wars. Also ich fand es echt ganz unterhaltsam. Ich habe Spaß damit und Star Wars-Fans lege ich es definitiv ans Herz. Aber das beste Star Wars oder so großartig und besser als alle sieben Seasons Clone Wars? Ich so, nein. Von der Animation wahrscheinlich schon, weil mehr Zeit ist vergangen. Die haben mehr Budget. Es sieht einfach besser aus. Aber alles in allem wirklich unterhaltsam. Das ist es. Es erinnert mich auch so ein bisschen an Animatrix, dass man einfach so diese Mini-Anthology-Geschichten erzählt von einem etablierten Franchise und sich da austobt. Aber da will ich noch ein bisschen mehr Kreativität, wenn dann noch eine zweite Staffel kommen würde. Aber alles in allem, mir hat es gefallen. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Tales of the Jedi? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020